Hey meine Fanys! So, es ist soweit! Die erste Voting-Nacht für den Kids' Choice Award 2014 und den Swiss Music Award hat gerade angefangen und ich finde es so toll, dass ihr alle dabei seid, weil ich bin eigentlich schon total müde, schon hier eingepackt und ich denke, ihr seid auch schon müde, aber natürlich ganz, ganz, ganz großes Dankeschön, dass ihr alle mitmacht und ich denke, wenn wir jetzt die ganze Nacht durch einfach voten, voten, voten und einfach alles geben, können wir diese zwei Preise abräumen und das wäre halt der Wahnsinn, dass ich wünsche, dass ihr alle mitmacht und ich denke, wenn wir jetzt die ganze Nacht durch einfach voten, voten, voten und einfach alles geben, können wir diese zwei Preise abräumen und das wäre halt der Wahnsinn, dass ich wünsche, und gebe euch ganz viel Kraft und ich schaue das Spiel dann nochmal vorbei. Bis dann, tschüss meine Fanys, ciao!